Musik Muss man daran denken, so wie jetzt steht es vorne. Das heißt, wenn du ein Moment drin hast und du drückst in die Richtung, läuft dir genau entgegengesetzt. Musik 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 So the Covarrant Brain allows the robotic system to have eyes to be able to see inside of one of these totes. And so what it does is the Covarrant Brain takes a picture and from that picture is able to understand what are in the totes. And so, for example, you can see here an outline of one of the t-shirts that's in this tote. And the Covarrant Brain is able to identify that as an object that's in the tote. On one hand, it's about the shortage of skilled workers. On the other hand, we also want to provide the opportunity for our employees to upskill their profile and make logistic positions attractive. The robot enables me to do the work. Er steht mir zur Hilfe, zur Seite, er übernimmt diese Kontrolle der Sendungen und packt die Sendungen ein. Und die kommen dann weiter zum Versand.